Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video bezüglich Bike Trades und zwar habe ich ein ganz kleines Update für euch und zwar habe ich einmal die gute Nachtara GX Collection Box und natürlich auch die Psyana GX Collection Box, die ich euch als Bike Trades jetzt anbieten kann. Die sind beide wie gesagt, oder wie ihr sehen könnt, auf Deutsch und natürlich OVP Original verschweißt und zwar möchte ich dafür 1000 Bike Karten haben und dann hätte ich noch für euch im Moment dreimal Burning Shadows nach dem Flammendisplay auf englisch und zwar beläuft sich der Bike Trade Preis dafür bei 3000 Karten und ja, wer jetzt wissen möchte, was Bike Karten sind, ihr guckt am besten mal auf dem Discord vorbei unten in der Beschreibung, der ist verlinkt, da gibt es einen Channel, der nennt sich Bike Tausch PPP, da gibt es auch alle möglichen Informationen zu diesem Tausch, da könnt ihr mich auch anschreiben, also ich nehme nur Anfragen über Discord auf, wenn ihr mit mir Bike tauschen möchtet und ich habe auch immer noch eine gewisse Anzahl an Boostern, die ich euch immer tausche, aber guckt da oben vorbei, wenn ihr euren Bike loswerden wollt, ich nehme englischen und deutschen Bike und ja, an dieser Stelle würde ich dann sagen, so ist das gewesen sein mit diesem kleinen Informationsvideo, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag, haut rein, bis dann und tschüss!